Hi Leute, recht herzlich willkommen zurück zu DeinLight und wir, ich würde sagen, ab ins Umspannwerk. Hoffen wir mal, dass ich hier durchkomme, ohne dass ich gleich gefressen werde. Wir rennen eine Milliarde Zombies rum. Ich möchte eigentlich schauen. Wenn ich hier hochkomme. Hier gefällt es mir doch ganz gut. Stromausfall. Finden Sie den Stromkasten und beheben Sie das Problem? Ich denke mal, das wird das hier sein. What the fuck? What the fuck? Alter, wie soll ich das denn machen? Mach doch! Woaah! Nein, warum wieder Dietrich? Süssch! Anbietrich! Sieh es nicht klar. Sieh es nicht klar. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, das Umspannwerk läuft wieder. Aber wo es einen Kurzschluss gab, kannst du wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Boah, die trieb wieder nicht, die trieb wieder nicht. Ich komme wieder nie wieder raus. Boah, die trieb 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 wieder raus. Was ist das? Was ist das? Hey Doc, hier ist Kyle Crane. Crane? Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen, voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Hm, leider reichen diese Angaben nicht. Aber wenn Sie noch einen sehen, dann sagen Sie Bescheid, in Ordnung. Oh, geschafft. Und wenn Sie schlafen, können Sie die aktuelle Tagesphase überspringen. Das machen wir doch. Crane, bist du wach? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. Es? Schlechte Neuigkeiten. Ja. Vielen Dank. so sprechen 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 sie mit spike und natürlich nicht so geil hier und zwar mal durchkommen so rein in die gute stube sich jetzt so nicht betreten hier geht es nicht weiter ja auch nicht denken wir mal dass ich da hoch muss oder hier nach oben haltender stadion was ist das glaube ich so ein addon oder so ein schnäppchen für dich weil der kostet richtig geld und so viel haben wir nicht das lassen wir mal ok wo spikey ist er da oben einige von uns sind nicht infiziert warum lässt man die nicht gehen also bis jetzt ist es wirklich krass das spiel muss ich sagen das balk erledigt hoffentlich reicht's wenn wir nicht mehr antizin bekommen ist der turm am ende ich musste die nacht im unterschlupf verbringen die sonne ging schon unter und ich hätte es nicht mehr rechtzeitig geschafft wir können einen neuen gegenstand herstellen was können wir denn herstellen mit wo ist denn spike Hä? Wollen wir doch unten fahren, oder was? Bin doch gerade hochgefahren. Die Sonne ging schon unter und ich hätte es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Na, jetzt zeigt mir wieder an. Ja, wo ist denn der? Ist der vielleicht ganz unten? Ach du Scheiße, das ist da hinten. Die habe ich eigentlich schon geöffnet. Da ist wieder was drin. Okay. Der hat uns hier... Haben wir hier eine Karte? Okay, hier ist Spike. Okay, eine Sicherheitszone. Ich muss schon, wie ich hier langkomme. Ah, da ist er. Okay. Wenn ich mal schon wieder reinkomme. Hier geht's hoch. Danke schön. Wenn du dann was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse sie aus der Ferne aus. Kapiert? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Brecken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Super, ich war gerade am Turm. Wollen wir das mal ein bisschen mehr Platz im Rucksack haben. Okay, dann gehen wir noch mal zurück. So weit ist es ja nicht. Hä? Aber doch, ich muss zum Turm zurück. Grain hier. Bericht. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Ach so, okay. So, wie es aber mit dem Anführer dann weitergeht, Leute. Schauen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn er wieder einschaltet und wenn er mich ein bisschen unterstützt bei dem Projekt. Ich muss schon sagen, es ist gar nicht so leichtes Spiel. Aber vielleicht müssen wir uns da einfach noch ein bisschen mehr reinfinden. Was steht denn der da oben drauf? Ich werde aber jetzt schnell. Wie geht es da holen? Hm, Metallteile. Sehr schön. Damit können wir jetzt wieder einen Dietrich herstellen. Aber den will ich noch gar nicht herstellen, weil ich da eh noch keinen Plan habe. So, okay, Leute, dann würde ich es aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein, unterstützt mich ein bisschen. Gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.